Am Montagabend kurz vor 23 Uhr kam es auf der B102 zwischen Premnitz und Brandenburg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen wich der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters einem Biber auf der Fahrbahn aus, kam anschließend von der Straße ab und überschlug sich. Sein Renault kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien und den Notruf verständigen. Er wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Biber wurde trotz Ausweichmanöver getroffen und verendete an der Unfallstelle. Das Fahrzeug selbst musste abgeschleppt werden, es entstand ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.